Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es wird immer schwieriger, eine geeignete Behandlung zu finden. Jetzt ist es Ihre Aufgabe abzuwägen. Vielleicht wollen Sie sie vorbereiten. Sie vorbereiten wie? Mach doch mal was Neues, was ganz anderes. Ändere wenigstens mal eine deiner Methoden. Eine von 200. Und das Mädchen, wer war das? Warum macht er das? Warum macht er das, ne? Warum macht er das, wenn er geradeaus fährt? Der hat sie doch nicht alle, oder? Nein, das ist kein trauriger Film. Er hat ganz viel Kraft. Er gibt Hoffnung. Ja? Ja. Gut. Ja, Mama, ist es wirklich so? Ich glaube es, ja. Ich bin dafür, Sie nach Hause zu holen. Ich bin dafür, Sie nach Hause zu holen.